Hallo Leute! Herzlich Willkommen! Kennt ihr die Geschichte, wo ich erzählt habe, mein Kollege hier ist ein Arsch? Wieso? Ja, wieso? Der hat schon wieder ein Fahrrad gefunden, der Arsch. Ja. Und ich muss hier laufen durch die Pampa. Verdammte Scheiße. Die Dom haben das Glück, ne? Ja, das ist richtig. Oh, ein Hase! Mit einer Lee-Einfeld am Rücken ist das doch wie zuhause. Wie zuhause? Okay. Ja, die Jäger, so wollte ich sagen. Ah, die bei euch auch mit dem Fahrrad? Ach, Scheiße. Ja, mit dem Gewehr auf der Schulter. Ach so, ja. Ich fahre 33 kmh, 34. Ich merke dir um 5 nach 7, dass ich die Aufnahme beende, weil sonst übersehe ich das wieder. Ja. Aber voll auf der Freude. Ja, ich weiß. Du Arsch. Ach, ich hab... Ich hab Rad. Mann, 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 Mann. Ja, stand da einfach. Ich hab mir gedacht, was ist das für... Was für ein weißer Punkt ist das? Auf einmal steht da ein Rad. Ach, da war ein weißer Punkt auch, oder was? Ja, weißer Punkt war vorher. Der hat sich nicht bewegt. Ich dachte ein Zombie. Uh, Scheiße. Und da war... Green Old Black. Lecker. Lecker, Alter. Ja, wo hast du's gefunden? In irgendeiner Ortschaft oder in der Botanik? Nein, nein, nein. Staudamm. Staudamm. Ach, Staudamm. Genau, die... Ja, genau neben dem Staudamm ist das gestanden. Auf der Straße. Ach so, bei Toppacodamm. Ach so, bei Toppacodamm. Ja, wahrscheinlich. Ja, ach, was weiß ich, wie das heißt. Ja, das ist... Das sehe ich auf der Karte. Okay. Ja, bei dem Staudamm letztens da, wo ich mich verlaufen hab. Da oben in der Botanik, weil... Im Norden oben, wo ich zu dir in einem Flugfeld wollte. Da hab ich ein ETV gefunden, aber kein Benzin. Ja, das ist natürlich irgerlich. Ja, das wäre sogar fahrbereit gewesen. Hätte man nix reparieren müssen. Cool. Ja. Sehr. Ich bin in dieser... In der einen Stadt und hier ist niemand, weil... Hier sind keine Zombies. Okay. Das gefällt. Das gefällt mir. Ich komme voran ohne... Boah, ich bin bald da... Mehr wie die Hälfte hab ich schon geschafft. Ich auch fast. Ja, ich muss auch laufen, du Arsch. Ja. Fauler Sack. Kauf dir ein Rad, du Idiot. Ich nehm mir gleich deins. So, mit dem Mikro eh noch okay, okay? Ja, schon. Ein bisschen weg vom Mond, ja. Besser? Ja. Ja. Bei Weiten. Ach. Ich brauche immer fast zwei... Über mir ist ne... Höh? Über mir ist ne Regenwolke. Ne Regenwolke. Schön. Ach ja, faust du mal. Kein Kompass hast oder was? Die Wolken ziehen von Norden nach... Ne, eigentlich nicht. Eigentlich von... Von Westen nach Osten. Immer. Jetzt muss ich schnell sehen, wo ich jetzt hin muss. So, hier laufen sogar... Zombies mitten im Wald rum. Also mitten auf ner offenen Fläche. Nach rechts. Ach ne, das sind Viecher. Okay. Ja, ich hab... Ich dachte auch, da ist ein Zauber. Was? Scheiße, 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 Scheiße. Ich seh zwei. Ich seh zwei Typen. Was? Gegner. Zwei Spieler. Ich fahre 69 mit dem Scheißrad. Uah! Ich seh zwei Spieler. Rifleman Luke. Und... Den anderen kann ich nicht entziffern. Rifleman... Ach. Bisse die Idioten. Ne, ich hab für das hab ich zu wenig Munition. Was machen die hier mitten in der Botanike? Ja, genau dasselbe wie mir. Ich könnte sie jetzt erschießen. Du triffst sie ja sowieso nicht. Ne, ich triff sie. Ja, wo bist du gerade? Ne, ich lass sie. Ja, siehst du... Siehst du etwas? Sind die Bandits oder nicht? Ne, es sind keine Bandits. Weil der, was mich erschossen hat, der war ein Bandit. Das hab ich gesehen. Ach so. Was zum Teufel war das jetzt? Ja. Aber du kannst ja nie wissen, für was sie sich entscheiden. Die Idioten. Aber dass wir hier zwei über den Weg laufen, hätte ich mir nicht gedacht. Die laufen sicher zum Flugfeld. Wahrscheinlich, ja. Ich fahr durch voll die blöde Ortschaft, ey. Ich steh hier überall an. Ist doch voll dum, ey. Wo ist mein Fahrrad, ey. Ey, Mann, wo ist mein Fahrrad? Ne, das ist voll scheiße. Kurven, Kurven, Kurven und lauter Gerümpel auf der Straße. Das macht nur noch duck, 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 duck. So wie zu Hause. Ich steh... Gib mir fünf Minuten, dann bin ich ja auch hoch. Ah, so lang brauche ich auch noch. Zu Fuß. Ich kann wenigstens stolz sein auf meine Leistung. Du sollst nicht immer jammern. Leck mich. Sieh an, was dein Inventar hergibt und was meines hergibt. Hey, warte mal. Dann reden wir rein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich schaue jetzt gerade in mein Inventar und weißt du, was ich da finde? Ein dickes, fettes Leck mich. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Das hört sich ja an wie bei einem Olympischen Spiel, ne? Ja, wenn ich da gerade mit 50 den Berg runterdonnere. Und auf einmal eine Kurve da ist, was sollst du da machen? Kannst du eigentlich mit dem Rad jemand überfahren auch? Ich weiß es nicht, ich werde es nicht probieren. Ich weiß es nicht, ob ich das nicht probieren kann. Die Line Chrome ist wie gesagt ein Horror. Der Horror. Aber man kommt schnell voran. Wuhu! Berge ab geht es da hin. Ab die Post. Wenn du die Portale dreht. 70. 72. 74. 76. 77. Ahahahahahahaha. Geiles Eis. Ja, wenn man von dem Punkt ausgeht, ist ja eigentlich das Fahrrad eines der besten Fahrzeuge. Weil das ist leise. Man braucht keinen Benzin. Man kommt schnell voran. Man kommt schnell voran. Aber das blöde ist, man hat keinen Platz für seine Waffen. Aber das ist ja auch nur so nebensächlich. Ja schon. Aber man ist... Man muss nicht zu viel... Eigentlich sehr viel werden. Ah, wo fahre ich jetzt am besten? Nach Richtung. So, ich glaube ich bin bei den ersten Häusern von Gorka. Ich muss nach Portana vorher. Siehst du Portana? Das ist links rechts. Ein bisschen rechts unterbei von Gorka. Warte mal, warte mal. Port... Wie? Port... Port... Polana. Ja, oder Gorka. Ja, ich bin jetzt ungefähr bei der Weggabelung da. Rechts von Gorka. Rechts? Ah, links. Entschuldigung. Links von Gorka. Okay. Ja. Aber ich bin glaube ich jetzt in Gorka. Warte mal. Ja, ich bin in Gorka. Nein, ich bin genau bei der Weggabelung noch. Bei der ersten. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Okay, ich... Ich suche mir dann mal was, wo ich da warten kann. Aber Dings hattest du jetzt auch schon länger nicht mehr, oder? So ein Artefakt. Den Grafikpack. Nein, eigentlich. Ich auch nicht. Ja, ich weiß schon was du meinst. Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich schaue gerade bei einer Scheune vorbei. So. Wo ist jetzt hier was Gutes? Hier wäre ein großes Gebäude. Ja, ich fähre einfach durch die Hauptstraße durch, dann sehe ich mich. Naja, ich sehe dich nicht, weil hier ist ziemlich verwinkelt die Ortschaft. Da sind viele Bäume dazwischen. Aber es wäre interessant, ob wir da zu zweit fahren können oder nicht. Zu zweit auch fahren können oder nicht. Das wäre cool. wäre der Oberwahnsinn. So. Wo warte ich? Ich sehe da so eine gelbe Kapelle. Oh. Ich glaube, die ist sogar in der Karte eingezeichnet. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ähm. Wenn man näher ranzoomt. Näher ranzoomt. Näher ranzoomt. Ich glaube, ich sehe dich. Irgendjemand sehe ich auf jeden Fall in der Karte. Man. Ähm. Bist du schon in Gorka? Ich bin... Nein. Okay, dann pass auf. Bei der Straße... Du kommst jetzt wahrscheinlich bei der Straße hoch, oder? Von Norden Richtung Süden bei so einer Straße. Nein. Ich bin in Portana. Ich bin in Portana neben dem Supermarkt. Ich sage ja. Du bist noch in Portana. Ich bin gerade in Portana beim Supermarkt. Weil irgendjemand ist hier auch in Gorka noch. Hau ab von da. Man. Da steht nur Man. Ich weiß nicht. Vielleicht... Es sind zwei Scheiße. Oh shit. Jetzt kommen aber plötzlich fünf Zombies auf mich zu. Man. Man. Man kann ein Zombies auch sein. Ich weiß. Das ist... Wahrscheinlich sind sie eh Zombies, aber da müssten hier mehr sein. Was? Busstationen. Busstationen. Ja, das sind Bus... Haltestationen. Ja. Wie gesagt, mit dem Rad... Was? 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 Was war da jetzt? Irgendwo habe ich jetzt so einen... Dings Man gesehen. Ja, ich sehe mal mit einem Fernglas auf diesen Man. Ja, kann nicht... Das sind auch Man hier. Nicht Survivor. Auf was? Wir sind ja Survivor, weißt du? Ja, ja schon. Auf was? Auf dem Zombie oder was? Ja, gut mal auf dem Zombie, ja. Ja, da steht dann aber Citizen, also äh Zivilist bei mir. Oder stand das zumindest mal, jetzt schaue ich mal. Wo ist er? Nein, da steht Citizen und nicht mein. Oder Citizen ist nicht Zivilisten und Bewohner. Wenn du siehst, neben Gorka, rechts raus, dann ist die Gabelung, wo es runter geht, Richtung Poltana oder wie die Stadt hier heißt. Warte mal ganz kurz. Poltana oder Poltana? Ich schau jetzt mal auf der Karte. So, ja, wenn ich jetzt raus gehe, geht es so runter nach Poltana, da ist eine Tankstelle auch. Ja, da bin ich, da bin ich, ja zur Tankstelle, da bin ich noch. Ja, dann treffen wir uns bei der Tankstelle. Ja, dann kannst du aber Gas geben, da bin ich gleich dort. Ja, Gas geben ist gerade ein bisschen blöd, ich bin mitten in der Stadt gerade drin. Ich hoffe für dich ohne Zombies. Nee, ohne Zombies, deswegen dauert es ja länger. Ja, alles klar. Dauert als die Panke. Okay. Boah, hier sind echt extremst viele Zombies, das ist Wahnsinn. Ja, dann muss... Ja. Ja. Ja, da sind Samples. Und die kommen schon auch nicht zu. Tankstelle. Da muss jemand, da muss jemand sein, also... Ja, okay, Blödsinn. Ja. Ja, wie machen wir jetzt? Treffen wir uns bei der Tanke, oder? Äh... Uhuhuhuhuhu. Der Typ, der Man ist bei mir in der Nähe ziemlich. Jetzt muss ich ihn mal sehen, vielleicht kann ich den ansehen. Runter, runter... Ach... Ich bin noch... Nicht direkt drin, aber... Irgendwo da, und... Bist du eng? Bist du eng? Bist du eng Gorka, wo bist du? Ich bin eng Gorka, ja. Mitten in der Stadtrahmen. Old Town. Ich sehe hier keinen... Ich sehe von hier so einen kleinen Wald. Da robb ich jetzt mal hin. Ich sehe von hier einen weißen Punkt, und der kommt auf mich hin. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich weiß auch nicht, wo der scheiß Man da grad war. Ich schon. Ich sehe einen weißen Punkt. Ich sehe einen weißen Punkt, und da ist einer. Ich will aber mein Rad hier nicht fliegen lassen, oder sonst? Ne, ne, ne. Das wäre blöd. Ich will es auch keinen anderen geben, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ist irgendein anderer Arsch mit deinem Rad rumfährt, das will ich auch nicht. Ich muss jetzt ganz kurz die Soundoptionen noch ein bisschen einstellen. Effekt. Cannot fire. Musik ist hier schon fast ganz... Ich habe ein Problem. Was? Cannot fire. Was? Ach scheiße, jetzt häng ich auch noch hier. Fuck, ich blute und fahre auf dem Rad. Wieso wurdest du von Zombie angegriffen, oder? Ja, wurde ich von Zombie. Okay. Okay. Ich bewege mich gerade bis die Straße Richtung Polana runter. Okay. Ich muss schnell runter von diesem Rad. Ich heilen. Ja, sonst, wenn wir uns dann getroffen haben, dann schauen wir, vielleicht finde ich da wieder... irgendwo ein Tier oder was, das kochen wir uns dann... Ich brauche auch noch Blut, weil ich höre fast nichts in dem Scheißspiel noch. Mensch, ich blute noch immer. Ah, fuck, Alter. Mensch, ich blute noch immer. Ich schreibe einfach mal rein, Leute. Warte, das fickt mich eh schon wieder an. Wieso? Was ist los? Scheiß Zombie ist da verschissen. Und ich schütt wieder alles grau und scheiß und aah. was ist das? nur weil der Piste da irgendwo da ist, ja? Sind wir noch in der Nähe, oder was? Wieso sind hier so viele Spieler? Das ist doch keine wichtige Ortschaft oder so irgendwas? Ich bin jetzt gerade beim Barenhof. Da ist alles Basketball. Wo bist du jetzt? Warte, ich sag's dir gleich. Ach, hier sitzt wieder einer drin. Ich bin jetzt direkt wo Gorka steht. Ja. Wenn du ranzoomst, ist da auch so ein Ball wie in Starisobor. Die Kugel da. Ja, ja, ja. Da bin ich jetzt. Links von der Kugel ist so ein Gebäude. Ja, in Großes. Da bin ich drin, genau. Das ist so ein Bauernhof. Ja, da wartest du jetzt auf mich. Okay. Pass aber auf, das sind Zombies. Egal. Ich bin rot. Also meine Blutanzeige ist rot, es ist schon wieder grau. Bring jetzt dir der Spike. Okay. Und dann wird gegrillt. Was? Ja, was denn? Ich treffe einfach nicht. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Pass auf, der eine ist ziemlich nahe bei dir, gell. Echt? Also er war im Wald, in der Nähe von mir, wo er im Wald war. Ja, es kann jetzt aber auch sein, dass du mich siehst vielleicht. Nein, so lange warst du nicht. Glaub ich halt. Warst du im Wald oben, oder? Ja, ich bin vom Wald runtergekommen. Aber ich leg mich jetzt wieder ein bisschen in den Wald raus, dann habe ich wenigstens ein bisschen Schutz. Ich liege jetzt direkt bei der Kugel. Komm, ja, ich fahre jetzt einmal Richtung Gurk. Hast du noch ein Fleisch, oder? Noch? Nee, nicht mehr. Wir müssen was... ...erlegen. Ja, das ist das weniger Problem, weil Richtung Tankstelle ist ein Viech. Ja, da Viecher finden wir schon irgendwo. Wir sollten nur mal zuerst irgendwo in die Botanik kommen, dass wir weg von den Spielern sind. Ich sehe jetzt aber auch keinen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich fahre Richtung Gorka gerade bei der Straße hinein. Ich bin schon fast in Gorka. Das geht relativ schnell, muss ich ehrlich sagen. Okay, ich sehe wieder einen. Der läuft aber rechts bei der Straße, also auf der linken Seite vom Feld läuft er das Feld entlang. Jetzt läuft er Richtung Straße. Mensch, ich wurde... Wah, schnell, renn runter, ich wurde gerade rausgekickt. Wo? Rein Richtung Richtung... Ja, wenn du die Straße rausrennst, wo ich gekommen bin. Ja, das weiß ich nicht. Also ganz am Anfang. Wo bist du gekommen? Ja, von Polana, vor der Tankstelle. Vor der Tankstelle ist eine Straße, die lange Straße. An dieser Seite bin ich gekommen. Also wenn du die Kugeln siehst... Ich sehe die Tankstelle, ich sehe die Tankstelle. Okay. Okay, 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 okay. Ich lauf. Warte, lass es mir erklären. Da ist Kugel bei dir, dann ist die hellgelbe Straße nach unten und dann ist die gelbe dicke Straße. Und wenn du Richtung, Richtung Osten gehst, also Richtung nach rechts, wenn du auf die Karte siehst, auf der Straße, ich bin auf der Hauptstraße gewesen, dann müsste eigentlich mitten dort das Rad stehen, ja. Ja, auf welche Straße jetzt? Auf der schon Richtung Gorka oder noch Polana? Richtung, ja. Nein, Richtung Gorka. Richtung Gorka. Okay. Ich bin fast, also am Anfang, wo Gorka bin, gewesen. Ach, das ist scheiße, weil da ist genau ein Typ. Ja, ja, schieß ihn. Ja. Weg damit. Weg damit. Was ist das jetzt? Das ist mein Kompass, verdammte Scheiße, das ist jetzt... Ach, Scheiße. Ja, wir überziehen schon wieder mal. Ja, wir überziehen ziemlich. So, da lang muss ich jetzt ein bisschen noch runter. Okay. Ich lauf jetzt mal. Ja. Erschreck dich nicht, wenn jetzt auf einmal vor dir einer respawn. Wärter nicht. Hahaha. Wenn ich so lange lebe. So, ich warte jetzt, ich sehe jetzt die Straße, ich warte jetzt aber trotzdem ein bisschen im Wald anfangen und schaue mir das mal von... Siehst du das? Entfernung. Ja. Ja, warte mal. Siehst du das Rad? Ja, oder nicht? Nee, ich bin ja nicht direkt auf der Straße. Ich schaue jetzt gerade mal runter. Ach, hier ist wieder so ein Scheißhügel genau über der Straße, verdammte Kacke. Oh, 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 oh. Da kommt einer mit dem Auto. Ohne Scheiß. Nee. Was machen die da oben? Da kommt einer mit dem Auto. Mit dem Traktor. Da kommt einer mit dem Traktor. Traktor, Creeper. Ohne. Creeper kommt mit dem Traktor. Ich bin mitten auf der Straße, ich hoffe, er fährt mich nicht zusammen. Ich schieße gerade auf dich. Auf mich schieße jemanden. Nee, ich schieße auf den Traktor. Auf mich schieße jemanden. Auf mich schieße jemanden. Hubschrauber höre ich auch. Echt? Nein, das ist ein Traktor. Ich habe ihn auf den Traktor geschossen. Ich habe ihn auf den Traktor geschossen. Wie haben sich deine Schüsse angehört? Der fährt bei mir vorbei mit dem Traktor. Ja, ja. Ich verfolge ihn. Wo bist du denn? Dann sind wir eh in der Nähe. Du hast glaube ich meine Schüsse schon gehört. Ja, hast du geschossen oder was? Ja, ich habe auf den Traktor geschossen. Der Traktor fährt vor meiner. Ja. Wo ist denn der jetzt in der Straße lang? Straße lang, ja. Okay. Ich bin auch auf der Straße. Die Zombies, da kommen gerade eine Menge Zombies. Eine richtig Menge Zombies. Wo ist der Traktor? Ja, da vorne ist der Traktor. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Aber er ist zu schnell. Hahaha. Siehst du mich auch? Ich meine, oder? Nee. Oh, da kommt ein Zombie auf mich zu. Scheiße. Ähm, siehst du irgendwo so ein Ding? Eine Scheune. Also so ein langer... Ich fahre den Traktor nach, ehrlich gesagt. Mit dem Rad. Mit dem Rad, ja? Ja, was bringst dir? Was? Was bringst dir? Ich weiß nicht. Vielleicht bleibt ihr stehen oder ihr schießt mich? Ja, toll. Ich will den Traktor, ehrlich gesagt. Ja, den will ich auch. Shit. Ach. Ja, Wuppi. Ich muss jetzt da irgendwo mal abbiegen und dann mal raus hier. Weil ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ja, ich bin... Traktor 105 Meter Scheiße. Er ist stehen geblieben. Der wird sich jetzt sicher meinen, du hast auf ihn geschossen. Ja, Traktor 210 Meter. Er entfernt sich von der Straße, ne? Also er fährt weg. Ja. Ja. Jetzt bergab könnte ich ihn vielleicht einholen. Ja, ich seh den Traktor. Berdi. Bandits. Was? Hast du das? Hast du Bandits hingeschrieben? Ja, das hab ich hingeschrieben. Ja, der Traktor fährt gerade durch die... Durch die Botanik. Vielleicht... Ja, ich seh den Traktor. Der ist sogar eingezeichnet auf der Karte. So bist du jetzt. Ich bin... Ja, ich seh... Ne, warte! Warte! Ich glaub ich hab nen Traktor. Ich glaub ich hab nen Traktor. Aber... Also nen unbenutzten. Wenn du... Warte! Wenn du Richtung Gorka siehst, ist links... Ah, rechts von der Straße so ein Gebäude auch. Da bin ich drin. Ich mach... Ich mach X. Mach X bitte. Hab ich. Oh shit! Zombieattacke. Jetzt muss ich hier raufsehen. Ich glaub da oben ist ein Traktor. Das Bandit hab ich gesehen, aber das andere... Ja, das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Geh noch mal raus und noch mal rein. Ja, hab ich gerade gemacht. Uh, ich fahr grad noch mal mit dem Rad durch. Weil der Traktor ist stehen geblieben. Ja. So, irgendwo hier muss der Traktor gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht. Scheiße, wo hab ich den jetzt... Da ist ein Traktor eingezeichnet auf der Karte. Wenn du mich durch die Straßen schippern siehst du nicht, oder? Nee, ich bin grad nicht mehr in der Nähe von den Straßen. Ich bin jetzt wieder bei dem Bauernhof bei der Kugel da. Mich schießt jemand. Ich bin's nicht. Oder auf Zombies, ich weiß es nicht. Ich schieß jetzt mal gar nicht. Ich glaub mein Rad ist kaputt. Nein! So, wo ist jetzt der scheiß Traktor eingezeichnet? Hier war der irgendwo eingezeichnet. Boah! Jetzt bin ich hier wieder zu weit gelaufen. Er schießt auf mich, er schießt auf mich. Der vom Traktor? Ich glaub schon, ja. Das hat gerade Leben mehr eingeschlagen. Ja. Der wird meinen, du hast auf ihn geschossen. Ja, wir überziehen jetzt total. Leute, ich verabschiede mich ganz schnell jetzt. Ciao, Leute. Das ist eine Art des Unternehmens. Vielen Dank.